Hallo Leute und herzlich Willkommen zu einem kleinen Easter Egg in WoW. Ja, eigentlich geht es einfach nur um ein Easter Egg. Ich zeige euch im Video dann auch noch, wo man das ganze finden kann. Wo man das Easter Egg finden kann. Das zeige ich auf der Map. Und das Easter Egg ist eigentlich sehr, sehr lustig und interessant. Es, wie ihr halt sehen könnt. Ich hatte gerade Glück, dass ich die Phase von den Viechern erwischt habe. Dass sie sich gerade verwandelt haben in so Monster mit Totenköpfen und Waffen und Tees und das. Und ich fand das einfach richtig lustig. Weil das hat vielleicht auch noch nicht jeder gesehen. Und, jo, ich mache dieses Easter Egg Format oder sowas gerne zwischendurch. Wenn ich sonst keine Ideen habe oder mir gerade langweilig ist. Oder ich selbst gerade irgendwas entdeckt habe. Dann mache ich das gerne. Schreibt es in die Kommentare, ob ihr das auch gerne sehen wollt. Und, jo, jetzt lasse ich euch mal mit dem Video alleine. Und, jo, jetzt lasse ich euch mal mit dem Video alleine. Und, jo, jetzt lasse ich euch mal mit dem Video alleine.